wie lange spielen wir jetzt knapp 20 minuten 20 minuten dauert die aufnahme ich schätze mal eher so zehn minuten passiert ist noch gar nichts außer der tat die ein bisschen offline gegangen ist scheint sich auch noch keiner gefunden zu haben ansonsten jetzt sind natürlich bestimmt paar leute schon gesagt im chat ja zwei hunger weniger ist noch nicht so dramatisch kann nicht sein ob man hier unten immer nur kohle findet er weckt mich ich glaube das spiel wird sehr viel länger dauern als das letzte schon wieder laber war ein laber sterben aber auch öle hart öle gold moment hier ist die laber ist ganz viel gold gold bringt mir aber nichts ich glaube gold waffen sind richtig scheiße gold rüstung ist glaube ich auch nicht so der hit ich brauche eisen ich glaube dafür muss ich mal wieder weiter nach oben krasse also die letzte mal so viel alter okay das heißt stopp so jetzt werde ich mich mal nach oben war ein bisschen was zu fressen suchen und dann auf einer etwas höheren ebene weiter suchen bis ich da hochgejumped dann habe ich nämlich wahrscheinlich auch schon wieder auch hungerzeug verloren wäre sehr sehr ärgerlich nicht mehr regen zu können oder quatsch an hunger erst mal richtig down zu gehen auch man kann durch die übersehen man man sieht ja doch ich bin schon wieder in seiner ecke ok dann hätte ich ja doch mal in die andere ecke rennen können im dschungel sind doch immer schweine wo sind denn hier schweine das ist aber ein ziemlich weitläufiges gebiet hier wird man sehen kann da sind pilze kann man die fressen das weiß ich gar nicht mehr da hinten steht doch ein stand da hinten eine werkbank habe ich nicht verguckt ach da oben diese kiste mein peter beispielsweise hier ist auf jeden fall einer gewesen hier fehlt überall holz da hinten sind kühe kühe sind schon mal gut geben kühe fleisch ich hoffe du hast mich verarschen nein so nah und doch so fern sehr schön mehr fleisch dann werde ich mir in ofen bauen ja ist ja gut ich glaube ich würde mir jetzt mal hier in ofen bauen ich glaube ich hab irgendwie verlockend mal da hoch zu gehen ja ich glaube dadurch dass ich auch viel steine habe natürlich mal machen wobei da fällt mir kaum mit drei ledern die mit drei jahr kann man nichts bauen viele da braucht man für schuhe oder so quatsch okay das ist also so ein türmchen ob ich da mit den steinen hinkommen das wasser hier tief genug ist aber von da oben wieder hier runter springen kann da sollte ich ja sonst die moment mal hier liegt schon zeug hat sich das schon immer aufgebaut wen habe ich gerade gesehen also peter wie hoch hast du den gemacht kann natürlich sein dass hier schon einer gewesen ist na gut den sprung überlebt man nicht der wird wahrscheinlich abgebohrt haben scherz hier ist schon einer gewesen da hinten ist das andere ding da ist noch ein da ist auch schon einer oben dinge scheinen sehr beliebt zu sein da hat sich auch einer hoch gebaut ja wenigstens war ich nicht erst der death also keine ahnung könnte sie eine eier rumspielen da ist noch eine kuh ist gut eine kuh gibt fleisch und eventuell leder sehr schön was anderes kühle ich noch ich denke mal die kisten oben werden alle schon mehr so irgendwo ist doch noch eine kuh wie ätzend jetzt rennen wir einfach mal hier rüber denn es hat sich die drogen gesnackt ok so bevor ich gleich keine sticks mehr habe boah alter hat mich die scheiß kuh erschrocken moment irgendwo ist gerade einer runtergefallen das war nicht die kuh oder was die kuh schweißen ich glaube ich werde mal in die ecke gehen mal gucken was da so abgeht vielleicht nochmal anfangen zu buddeln mein löchlein finde ich jetzt nie wieder da ich habe eine eisenrüstung ein fickt sich am arsch ich habe einfach kein eisen gefunden dumm gelaufen dumm gelaufen tja das war's da hat johnny mich gefunden und ja viel spaß noch weiterhin bei den anderen folgen und bis dann ciao ich weiß noch mal ich glaube ich dass ich mich jetzt nicht immer so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.